Liebe Weinfreunde, heute stelle ich euch einen Wein vor aus dem Haus Markus Schneider Ellerstadt aus der Pfalz. Es handelt sich um seinen Weißkurunder Trocken aus seiner Basislinie. Ein schöner, klassischer Weißkurunder, der in der Nase wunderbar schöne, leichte Apfelaromen und leichte Citrusanklänge hat, der auch leicht floral herüberkommt, der am Gaumen sehr schön stoffig ist, der durch diese Stoffigkeit auch wieder sehr schöne, starke Citrus- und auch leichte Apfeltöne hervorbringt, der von der Struktur her sehr, sehr schön voll ist, ohne schwer zu sein, der aber trotzdem sehr gut zum Essen passt, zu Krustentieren und Meerestrüchten aller Art wunderbar. Bis zum nächsten Mal.